Wir schalten uns jetzt live in die entscheidende Phase des Main Events in die Wiener Stadthalle. Es steht 7 Beide in der Begegnung zwischen Dustin Brown und Christian Miele. Eine Begegnung, die von Taktik geprägt ist. Niemand will verlieren. Spielstand? 8-7. 8-7 Miele. Schieber! Wahnsinn! 8-8. Die Nerven liegen lang. Die jamaikanische Beidehändige Rückern jetzt im Tischtennis auch aktuell. Und der Spielstand? 8-8. 9-9. Moon Brown geht in die Offensive. 10-9 Matchball. Netzroller. Netzroller. Zwei Netzroller. Ein Skandal. Ein Skandal.